Ich hatte gerade Sex und esse jetzt Nachos! Es ist der tollste Moment in meinem Leben! Oh, kennt ihr euch schon? Das ist meine Cousine Chantry. Danke, du bist eine wirklich gütige Gewinnerin. Ich gebe dir meine Nummer. Wir sollten uns mal treffen. Mein Freund fragt sich bestimmt, wo ich bleibe. Also, Freunde? Ja, wieso nicht? Okay. Freunde. Im Märchen macht dich die Liebe edel und tapfer. Aber im wahren Leben ist Liebe nur eine lahme Rechtfertigung für egoistisches Verhalten. Ich weiß nicht, ob du ein Zyniker bist oder nur ein absolut verrückter, romantischer Spinner. Also, Wallace, wir sollten hier über die komplexen Themen unserer Zeit reden. Können Männer und Frauen befreundet sein oder willst du ins Geheim Chantry vögeln? Sie hat einen Freund. Ben, Wallace ist da. Hi. Schön, dass du hier bist. Versuchst du, meine Freundin zu filmen? Oh, nein, ich würde nie... Keine Sorge, das ist nur ein Gespräch unter Männer. Okay. Du kannst mit Frauen nicht interagieren, ohne dass der Sex dazwischen kommt. Aber ich kann das, weil ich erwachsen bin. Es ist so bezaubernd, dass du das wirklich glaubst. Oh! Oh mein Gott! Alles okay? Tut mir leid! Du siehst gut aus! Also, dieser Wallace... Wir sind befreundet. Der ist schon für mich reserviert. Dahlia, du kennst ihn doch kaum. Kann ich das Kleid amprobieren? Es ist deine 34, passt Ihnen das? Ja, das passt. Wallace! Ja? Du musst zu mir reinkommen. Was? Ich stecke fest. Sind deine Augen zu? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich habe ein Jobangebot in Taiwan. Ich bin bald weg. Es ist ein leichtes, zynisch über die Liebe zu reden. Bis man diese direkte Verbindung erlebt. Wenn man Glück hat, passiert das einmal im Leben. Ja! 100%ige Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Beziehung. Was? Du bist 100%ig ehrlich zu Nicole? In allem? Ja. Was ist mit New Orleans 2006? Wie war ihr Name? Favier? Ja, die sah schon aus wie eine Frau, nicht wahr? 99%ige Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Beziehung. wait.